ich komme ich bin hier immer noch ich bin an diesem an genau dem punkt in dem ich beim letzten stream aufgehört habe hier genau an dieser in dieser röhre haben aufgehört da werde ich wahrscheinlich diesen stream auch beenden genau an dieser stelle hoffentlich nicht aber wir spielen jetzt ja schon 50 minuten immer 50 minuten ja so ist es muss auch geben ich freue mich schon auf das part schneiden da kann ich dir keine vier parts schneiden mache ich schon irgendwie aber da sind wir sammeln ist für uns titel naja heute wird versagt hier und ich nachts einfach einen stunden part hoch das meint hier kann man das anbieten ein viertel stunde branz kann man das nicht unterteilen irgendwie nicht ich schaue mal und wie lang günstig und jetzt mal gehen und aufschließen und jetzt mal keine zeit verschwenden uns durch ja und durch ja und durch ja und jetzt hier verstecken jetzt habe ich doch alle zeit der welt das muss doch ja noch drucken und rein hier jetzt wie ich mich nicht jetzt wie ich mich nicht in der entgegen durch die tür und nun sind wir hier alleine klappen öffnen jetzt sollte ich meine klappe rein ich weiß nicht soweit habe ich das morgens schon noch nicht geguckt okay vielleicht kann ich da nicht rein so wo komme ich jetzt hier weiter okay da kann ich rein sehr gut dann sind wir weiter im abfall schacht im abfall gelandet kann man den pampel greifen können wir nicht können wir hier jetzt weiter können wir da hoch da können wir hoch ich sehe es doch hier am gitter entlang vielleicht kommen wir doch noch ein paar meter von ein zwei räume noch zum schluss hier können wir hoch aber ich bin mir nicht sicher ob ich da hoch will also erstmal weiter hier nein ich will da nicht hoch da sind leute uns köcher nicht der chef koch abwaschkücher da machten die den abwasch okay sieht so aus als müsste ich gelangt na das wird ja spaßig an die küchen vorbei da unten durch und ach du schon schauen wir mal wie wir hier ungesehen durchkommen und habs sind noch nicht kleiner damit sie dich besser sehen nein 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 okay hier bin ich noch gar nicht gestorben und musste auch mal präsentiert werden den tod mal für euch habt ihr noch nicht genügend tode heute gesehen waren ja heute zu wenig tod an diesem part bin kaum gestorben oder juli hier mal voran vielleicht sogar schon ein bisschen früher aussteigen immer hier ein bisschen das macht vielleicht sinn uns mal hier so lang vertonniere dich wieder nein ich bin hier nicht keiner da oh wei keiner zuhause okay sehr gut jetzt können wir vielleicht wenn der abgelenkt ist sind nicht kleiner ganz genau für die 6 die gleich tot ist so hier vielleicht sollte der da mal nicht rum der mann zurück jetzt ist ein guter zeitpunkt und hoch hier ich bin zu okay da komme ich nicht hoch zu gehen mal runter so wie kann man da jetzt durch die tür ist doch bestimmt verschlossen okay 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 was machen wir jetzt hier mit den hebeln hebel rum in die andere richtung das müssen wir nur noch hier verstecken spielen sind uns nicht und uns nicht wenn wir uns nicht sind dann wahrscheinlich auf die kiste oben drauf nein gar nicht hier gar nicht hier ist ja weg er ist weg er ist weg sich hier mal hoch sich hier mal hoch sich hier mal hoch äh nein das ist zu hoch so wo kommen wir jetzt hoch gewaschen gewaschenessiges eingesaft okay hier kommen wir auch nicht hoch müssen wir doch irgendwo hoch ähm jetzt vergleichs nicht ich glaube Wäschenteller hoch hiii nein er hat uns hat er uns er hat uns okay ja hier sind wir ich muss mal ein stück trinken ich würde mich so hier müssen wir das wieder umdrehen dann ist noch die frage wie kommen wir da jetzt hoch um bis dem karussell zu fahren so weiter ne keine zuhause hm wie kommen wir ja da hoch und die müssen wir auf die Kisten kommen und drauf das ist machbar okay der geht weg dann würde ich mich mal jetzt versuchen hier kommen wir ja hoch das ist ja kein Ding oder na komm ist doch eine Kiste das ist doch hier na komm mit ein bisschen Power und Tellerberg drauf oder was machen wir jetzt hier was machen wir jetzt hier auf die Tellerkiste da hoch ne hier nicht absolut viel am Platz hier kommen wir nicht weiter okay verstecken wir uns hier weiter durch die Tür kommen wir auch nicht das ist ja schon mal safe wie kommen wir dann doch da hoch und wir sagen vielleicht irgendwo ganz hinten so ein kleines Schaumbads nehmen oh oh er greift uns da sind wir noch nicht gestorben und ok ok na kriegen wir das Rätsel jetzt hier noch gelöst dann haben wir hier zum Schluss das Streams noch was tolles ach ne kommen wir da aber jetzt noch ach ne er greift uns ja gerade noch so na hau du ab hier ist keiner unter dem Tisch brauchst du gar nichts zu suchen brauchst du nachts nicht zu gucken unter deinem Bett du bist du 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 schlägt die fliege in einem zimmer den nervt mich auch schon die ganze zeit so dass man die andere richtung drehen wir müssen wahrscheinlich die fliege schuld das hier verkacken du bist schuld böse fliege und du hast auch ab koch so irgendwas sagt mir dass da jetzt durch die die Klappe durch muss ich muss noch ein bisschen warten hier drunter guckt er nach wenn er kommt jetzt ist er grad nicht da jetzt könnten wir die zeit nutzen die gunst der stunde hier gerade mal jemand runter und es den weg zurück bahnen es geht er da wieder zurück jetzt kommen wir uns hier lang da ist noch der andere bruder dann können wir jetzt hier nochmal durch ok wo müssen wir da hoch wahrscheinlich da drüben auf dem Wäscherschrank Döpferschrank meine ich natürlich bei dem Waschbecken so jetzt haut der hier ab das mache ich hier mal ja hier kommen wir hoch ist doch sehr gut nicht fallen nicht fallen nicht fallen kommen gar nicht auf die idee so jetzt mal hier einen gewagten sprung mehr herzen sprung darüber sind wir hier gestorben oder was oh nein wir leben noch ja sie lebt noch wie kann denn das sein aus dieser Höhe so hier müssen wir da rüber da müssen wir drüber oh sehr gut und jetzt an einen dieser Haken festhalten oder so springen und halten kein Feuer zünden springen und halten sehr gut und jetzt geht es hier durch einfach oben lang einen Fleischhaken festgehalten riechst Menschenfleisch da kommst du nicht an ha ha das hat gemacht wird über kleine dicke Menschen du musst reden zweig genau oh oh ähm da sieht die Lage schon ein bisschen kniffliger aus da müssen wir vorher abspringen haben wir das auch nochmal gemacht oh save point ach komm hat er uns nochmal gekriegt müssen wir wahrscheinlich schnell ja springen springen ja sehr gut ähm ich würde mal sagen wir machen wir am nächsten Part weiter ja kommandant Lars kommt mal zum Schluss einmal äh nein sehr schönes Standbild der will uns hier schon greifen ich mache an dieser Stelle Schluss und hoffe dass das auch ein Punkt ist an dem das Spiel gespeichert hat wo wir dann nächstes Mal weiter machen können ja ich habe es gerade erst gesehen ja tut mir hekelhaft für dich jetzt dass du jetzt erst dazugekommen bist aber ich mache jetzt den Stream zu Ende wieder zum Hauptmenü zum Desktop ja gut ähm ich wechsle erstmal die Szene bis zum nächsten Mal ja Untertitelung des ZDF, 2020